Also mir war schon in der Schule eigentlich klar, dass ich gerne irgendwas mit Games machen würde und der Traum war so Musik für Games zu machen. Wer bist du und in welchem Bereich bist du tätig? Ich bin Mathilde Hoffmann, ich bin Sounddesignerin und Komponistin für Games, vor allem für Indie-Games. Ich wohne in Hamburg, bin 25 Jahre alt und das war's. Welchen Ausbildungsweg würdest du jemandem empfehlen, der gerne Sounddesignerin werden möchte? Das ist eine super Frage. Also ich habe zwar das jetzt studiert, Sounddesign und Musikdesign, aber es hat noch nie jemand nach meinem Abschluss tatsächlich gefragt. Also ich glaube, was super wichtig ist, womit man auch schon super früh anfangen kann, ist auf Gamejams zu gehen und wirklich ein bisschen Entwicklung, Erfahrung zu sammeln, was es überhaupt bedeutet, ein Spiel zu entwickeln. Also sei es jetzt, also es muss ja noch kein riesiges Projekt sein, sondern auch eins, was nur an einem Wochenende entsteht. Da kriegt man schon super viel mit. Wie kriegt man überhaupt einen Soundeffekt in der Engine? Wie macht man überhaupt einen Soundeffekt? Habe ich ein Mikrofon, was ich dafür benutze? Nehme ich einfach mein Handy? Klingt das auch schon gut? Welche Schnittsoftware? Also es gibt schon ganz viel, mit dem man sich schon super beschäftigen kann, noch bevor man überhaupt ein Studium oder eine Ausbildung anfängt, schon in der Schule vielleicht. Und dann ist es einfach super wichtig, egal was man studiert, am Ball zu bleiben, sich dafür zu interessieren. Es gibt sehr viele Meetups. Es gibt zum Beispiel auch in Baden-Württemberg die Open Stage Games BW, wo man andere Entwickler kennenlernen kann, sich mit denen austauschen. Ich glaube, es ist nicht so wichtig, was man studiert hat. Wichtig ist eigentlich eher, dass man sich für den Bereich interessiert, dass man ganz viel mit Leuten ins Gespräch kommt. Gamejams sind super, um sich auch so langsam ein Portfolio aufzubauen. Und wenn man dann erstmal so ein gewisses Portfolio hat und in seinem Bereich irgendwie gut angekommen ist, dann kann man vielleicht noch was Ergänzendes studieren. Aber selbst wenn nicht, die Laufbahn kann man auch so einschlagen. Wie bist du zum Sounddesign gekommen? Also mir war schon in der Schule eigentlich klar, dass ich gerne irgendwas mit Games machen würde. Und der Traum war so, Musik für Games zu machen. Also ich wusste gar nicht, was das überhaupt beinhaltet und wie man dahin kommt. Aber es war so einfach die Vision schon in der Schule, habe ich allen davon erzählt, dass ich das irgendwann mal am liebsten machen würde. Und dann hatte ich halt auch G8 gemacht und war deswegen ziemlich früh dran mit dem Abitur. Und hatte auch dadurch so ein bisschen das Glück, dass ich auch mit dem Studium erstmal ein Risiko eingehen konnte sozusagen. Also habe ich mich dafür erstmal für mein Traumstudium entschieden, anstatt jetzt irgendwas Sinnvolles sozusagen zu machen oder was Abgesichertes später mal. Und habe mich für Musikdesign entschieden. Das war an der Hochschule für Musik Trossingen. Und habe da genau Musikdesign studiert. Das ist so ein bisschen eine Kombination aus Komposition, Sounddesign, aber auch ein bisschen sowas wie Tontechnik, Grundlagen und eigentlich alles, was mit modernen Technologien und Sound irgendwie zu tun hat. Das habe ich studiert. Und im Rahmen von meinem Studium war dann eben auch irgendwann das Praxissemester fällig. Und das Praxissemester habe ich persönlich dann, dachte ich, jetzt ist die Zeit gekommen, um meinen Traumberuf besser kennenzulernen. Und so bin ich bei Daedalic Entertainment in Hamburg gelandet. Und habe da als Sounddesignerin dann ein Praktikum gemacht, weil ich ganz schnell feststellen musste, dass festangestellte Komponisten sehr selten sind in Spielen. Dass aber oft Sounddesigner Teil sind, ein fester Teil des Teams, des Spielentwicklerteams. Und so habe ich mein Praktikum bei Daedalic Entertainment gemacht als Sounddesignerin. Habe mitgearbeitet bei Die Säulen der Erde und State of Mind. Das war natürlich eine super Grundlage, um einfach auch einen Haufen tolle Leute schon mal kennenzulernen, die Spielebranche kennenzulernen. Und viele Leute in Hamburg, die in der Spielebranche arbeiten. Und das war die perfekte Grundlage eigentlich so für meinen späteren Berufsstart. Wie sieht dein typischer Arbeitsalltag aus? Jetzt bin ich Freiberuflerin. Das heißt, ich muss mir meinen Tag eigentlich komplett selbst strukturieren. Ich versuche es aber trotzdem, relativ menschliche Arbeitszeiten einzuhalten. Morgens fahre ich mit dem Fahrrad in meinen Studioraum. Ich habe einen externen Raum zur Untermiete. Und da fahre ich hin, beginne meinen Tag. Ich teile den dann so ein in vier Blöcke, wo ich mir für jeden Block im Grunde eine gezielte Aufgabe setze. Und arbeite dann so an verschiedenen Projekten gleichzeitig. Das ist natürlich auch das Coole. Als Sounddesignerin bist du oft nicht nur fest in einem Team, sondern du bist bei verschiedenen Spielen beteiligt. Hilfst hier und dort, weil Sound natürlich auch nicht in der gesamten Spieleproduktion immer wichtig ist, sondern vor allem gegen Ende, wenn schon viele Animationen fertiggestellt wurden. Dann kommt oft der Sounddesigner ins Spiel. Manchmal ist es aber auch schon toll, am Anfang schon dabei zu sein und viel mitzudenken und sich schon mal Konzepte zu überlegen und schon mal vorzubereiten, damit dann am Ende alles gut klappt mit der Implementation. Aber deswegen hat man so immer bei mehreren Projekten eigentlich gerade unterschiedlich viel zu tun und kann mehrere Sachen gleichzeitig machen. Und deswegen ist es auch ganz gut, dass ich mir den Tag so einteilen kann in verschiedene Blöcke. Das ist auch super abwechslungsreich. Ich würde sagen, mein liebstes Projekt, was ich bisher gemacht habe, war das Spiel Unrailed. Das ist ein Koop-Spiel, wo man zusammen gemeinsam Bäume und Stein abbauen muss, um dann Schienen zu craften. Und diese Schienen muss man wieder hinlegen, damit der Zug nicht entgleist. Und das Coole war, ich habe das zusammen mit meinem Kollegen Felix Barbarino gemacht. Und das hat richtig Spaß gemacht, weil wir beide sowohl Sound als auch Musik gemacht haben. Und auch das Komponieren so ein bisschen wie so ein Koop-Game eigentlich war. Wir haben uns dann oft irgendwie die Stücke hin und her geschickt und dann hat eine hier noch ein bisschen geschraubt und der andere dort noch ein bisschen was dran gemacht. Und das war ziemlich cool, weil dadurch schon allein die Arbeit am Spiel auch so ein bisschen wie so ein Spiel war. Und was mir da auch besonders gut gefallen hat, ist, weil ich ja durch Daedalic das Sounddesign ein bisschen für mich kennengelernt habe, aber mein Herzenswunsch ja immer noch irgendwie war, Komponistin zu sein und Musik zu machen für Games, dass die beiden Sachen da in dem Spiel so richtig gut ineinander gegriffen haben und ich auch für beides, an beidem arbeiten konnte. Deswegen ist das bis jetzt mein Lieblingsprojekt. Welche Aufgaben machen dir nicht so viel Spaß, sind aber notwendig für deinen Job? Ja, Aufgaben, die notwendig sind, sind eben das, was jeden Freelancer beschäftigen wird. Sowas wie Steuern machen, Angebote schreiben, Akquise machen. Man muss auch auf dem neuesten Stand bleiben, was ist gerade angesagt in der Games-Branche, welche Fördermöglichkeiten gibt es, welche Events gibt es, wer kommt da hin, mit wem sollte ich mich am besten unterhalten, welche Talks sind interessant, die ganzen GDC-Talks auf YouTube anzuschauen, informiert bleiben, nicht nur im Bereich Sounddesign, sondern auch vielleicht im Bereich Animation oder Implementierung. Minimales Verständnis für Code, also diese ganzen Sachen auch zumindest zu verstehen, was da auch die Probleme sein können und sich gut austauschen zu können mit seinen Kollegen. Macht eigentlich auch Spaß, ich würde sagen, so Steuer und diese ganzen organisatorischen Finanzdinge, die einen als Freelancer so beschäftigen. Vielleicht auch so manchmal das Bangen, ob man jetzt genug Aufträge hat für den Monat, das kann manchmal ein bisschen schwanken, manchmal hat man sehr wenig, manchmal kommt ganz viel auf einmal. Da muss man irgendwie darauf vorbereitet sein, dass das passieren wird und dafür wird man aber belohnt mit einem super abwechslungsreichen Beruf und es ist nie langweilig. Was für Entwicklungen siehst du in der Zukunft vom Sounddesign? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sound nicht ausstirbt so schnell, sondern dass alle Entwicklungen, die jetzt gerade oder alle Innovationen, die im Bereich Games stattfinden, eigentlich die Möglichkeiten für Sound nur noch erweitern. Wenn man sich zum Beispiel VR anschaut, ist, glaube ich, ziemlich spannend, wie man zum Beispiel damit arbeiten kann, dass der Sound wandert oder je nachdem, wo du hinguckst, dass dann auf einmal Sound deutlicher zu hören wird. Mit der binauralen Technologie kann man arbeiten, Ambisonics, da gibt es so verschiedene Mikrofonierungsarten, die das dann noch realistischer machen, dass sich der Klang auch wirklich so anfühlt, als wärst du mitten im Geschehen. Das ist super spannend und an sich, glaube ich, ist immer mehr die Sinnesverknüpfung auch wichtig. Ich glaube, dass auch in Zukunft sowas wie Vibrationen und so, die unterstützt, was du hörst, dass damit viel gearbeitet wird und ich glaube, dass eigentlich immer mehr Sinne noch wichtig werden in Games und natürlich ist der Gehörsinn einer der wichtigsten für eine immersive Experience. Deswegen habe ich viel Optimismus, was meine Branche und die Zukunft von Games und audiovisuellen Inhalten betrifft. Bis zum nächsten Mal.